hi liebe damen und herren willkommen zurück zu einer neuen episode von let us by my party ich hab mir jetzt eine spezie gegönnt wenn mein kollege frisst es ist frisst und wir machen weiter wir hatten das letzte mal sehr viel luck und hohen würfel zahlen und großen puzzle skills ich geht ratzend auf risiko aber wir haben noch meine drei turbophilze zum rausballern und benutzt wieder mein geld oder nichts mit würfel ich hab drei also haben wir sieben acht bekommen das man jetzt noch zwei drauf also sehen und du hast elf wir haben gesagt ich gehe runter aber dann ich komme nicht mehr ganz zu fack ich kann er kommt da auch nicht lang ich möchte irgendwie so rum gehen ja in einem kommt da so nicht runter ich müsste da außen rum gehen ich kann nicht so so ich möchte ich müsste theoretisch zugehen doch ich gehe ich gehe hier lang dann hier dann hier und dann hier und dann okay das dort ist länger du musst einfach so ich weiß wo es lang muss drück b ich sag's dir ist muss so gehen weil es nicht anders geht warum was ist da drüben wo drüben was ist hier ich komme ja auch nicht runter irgendwie natürlich wenn du hier wirst gehst dann kommt die automaten zu runter was hier dein problem gerade ist warum läufst du dann einfach gar nicht runter weil ich dann um zurück musste hier überall hin muss und dann da hinzukommen ja und so bin ich beim nächsten mal anzuhören muss nur noch hier so gehen das ist dein problem das ist dein fucking problem bist du irgendwie kacke dumm ach wir wollten zu dieser mine gehen ne sag doch was du von mir willst ja ich weiß gar nicht was du von mir willst aber es doch hier mehrfach erläutert du leustel du hast die kacke erläutert gleich wenn wir wieder zwei münzen klauen die bitches ich hole übrigens ich schlepp noch luiz hier ab ne du bist jetzt nicht gleich auf das feld gelaufen oder vielleicht mei aber mario ich komme dazu noch mal drauf ich komme dir das nächste was dann auch noch drauf ich nehme mir ne bombe mit dann neuer freund und helfer wie wärst mal mit art und rutsche wieder bisschen näher hier hin sind hat es wieder keine sau aber der ist auch gut wenn ich den verwende kann diese bisschen ist im buch gegangen oh oh komm 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 das willkommst jetzt hin ich bin mir nicht mehr wunderbar mein power is mine to commence uah uah aber ich bin buch noch aber ich bin fertig leider jetzt rutschen wir ein bisschen näher okay kind du kannst mich nicht ziehen das weißeste gibts auf bitch das ist mir gezogen wie diese mauer von märkte ich glaub ich glaub du holen nicht weil die ernsthaft so verblödet da so sind wir werden vermutlich einfach zweimal oder so die CPU geht Richtung den Stern die laufen jetzt einfach irgendwie in kreis Richtung über mich rüber oder so ne die laufen Richtung Stern zurück ne guck guck was die machen die haben fünf fünf Würfel und zwei ausgerunterwürfel ne die können system naja aber den kann man den auch ne oder haben die ihn doch nicht so ne ja in eisigen höhen hat man das nicht gerade neu diesmal bin ich besser ist das passiert diesmal werde ich für dich weitermachen wenn du kacke dich anstellst okay du musst so machen nicht so ich kann nur so du böser Junge hör auf so zu machen einfach so so guck mach ich doch ja jetzt ja ich schneide den eis schneide dem eis du du drehst gar nicht richtig gib mir den scheiß es dreh richtig und unser Berg ist höher du hast so gemacht Junge ich hab's so gemacht er hat es kaum gedreht es hat super gedreht und unser Berg ist höher ja kacke lacke und das waren alle die Skills vom Super Mario über dem Klampner mit dem Rohr fertig yeah fertig hallo schlägst du ein? bist du dumm? nö ja ich war grad hier beschäftigt zwei geschenkte Münzen waren das ich weiß hashtag fairplay was ich grad pisst ne ich doch nicht was war das? einfach aufpassen ob du hier nochmal drauf landen kannst die Runde ja tue das tue das so aber stopp 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 sag mir erstmal so viel stuff ein wie du kannst weil baum weil ich bin ich lauf immer nach dir ja du gehst das Bitshacker ne? ja aber Mario boom booyah oh nein boom so 10 Felder für mich aber nur sag mal ich komm wieder auf Dingsfeld und du kommst so Dings da oder? ja gut ach so aber ich lauf vor dir ne? stopp stopp was stopp ich muss doch nicht drauf stehen bleiben doch musst du ne ich wollte mal auch nur was das ergän aber ich lauf trotzdem vor dir egal naja ich weiß du läufst trotzdem vor mir oh da unten wär noch nicht Bitshacker gewesen ja wenn du da runter darfst nochmal komplett rumgehen ich bin fertig ich hab jetzt einfach mit so eigenen Sachen ja ja nächste Runde kann ich dir da nehmen und dann wird hier gehackt du kleiner Hackfried das ist die Idee ich worte mich zu dir und dann können wir nochmal komplett nein das Ding das Ding nutzen wir wenn wenn einer von uns in ihrem Sternfeld ist dann kann der andere da auch hin ja das stimmt dann können wir zwei Sterne einsacken die haben so Piss ja und sie nehmen sich noch ein ich dachte schon und neun die echtes aber wir haben ne neue ich hoffe ich bin dann auch gleich okay gib mal die Chips rüber nur einen ich fände auch da komm komm ich fände auch da weil sonst hört man das Rass das Rasseln hier und das Fressen und das Fressen oh shit was ist das denn was ist mal das das größte Feld im Besitz ach ja das ist lustig ich bin das heiße denn so was oh fuck komm let's go fang mal an ja ich will erstmal gucken ob ich da hast du grad mein Hand genommen ha 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 ja okay ich hab das ich wollte fast den Letzter ich bin vorletzter komm fang mal an ich wissen da wie es geht ich bin ey was komm fang mal an ich war der Beste hä ich will der aller Beste sein Pokémon wie keiner von mir war dann selber einschnapp ich sie mir keine Hurensohn und das war ein Fehler aber das Falsche war das Falsche ja ich hab auch das Falsche gewählt das von Baruizis das größte oh Gott ja ich bin machte nicht gut oh mein Gott ich hab das Falsche angeklebt äh hier äh hier du konntest Rest haben ne überhaupt nicht oh Gott möge man mich töten also so Symmetrie mäßig das bekomme ich ja noch einigermaßen gebacken kennen und das war dumm von mir weil dein Sam ist das Fetteste ne waluigi's oder who will fucking win ola waluigi komm den müssen wir jetzt hier weghampeln fucking mann ich weiß immer dass das waluigi's ist das oder ja ne ne oh 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 ne das von Pete super letzte Runde wir brauchen die beiden größten äh hier ja jetzt komm 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 meinst du das größte jaaa wir haben gewonnen yo boy wir haben aufgeholen von den Ende alter sssss aber was mache ich denn du schwitzst du sehr wegen der Hitze Man darf es deshalb zusammenklappen. Wir haben auf jeden Fall gewonnen. Mann, sind wir dumme Kinder vom Dienste. So. Hack ist kaputt. Ich muss aber wurfeln. Und damit kann ich auch auf den Wurfel gehen, weil ich mach gar nichts aus. Ja, du hast noch eine Zeit, du kannst einfach 4, ja. Du kannst auf der Stimme bleiben, stopp. Ja. Nicht. Einfach um die Münze rum. Mach kleine, mach ganz viele kleine Kreise. Nein, nein, nein. Ja, du sammle jetzt noch seine Münze ein. Oh, Scheiß-Exzentriker. Hast du mich grad Scheiß-Exzentriker genannt? Nein. Aber was bist du? Mann, du hast es? Nee. Oder würdest du es bringen? Tiger nach unten, damit du dann zum Stern irgendwann gehen kannst. Guck mal, straight line. So, jetzt. Mal gucken, was du hervorheben kannst aus den Unutiefen. In unserer Spitzhocke. Wie geht das jetzt hier? Ach, da ist noch einer. Da ist noch ein Star, ne? Ja. Den kannst du dir hacken, wenn man ist das zweite. Oder ich krall mir das zweite Ding. Nein, du bist ja das zweite, währenddessen gehe ich wieder hoch. Dann läufst du hin. Komm, jetzt ich lasse ein, du. Dann warfst du dich zu mir, während ich am Stern bin. Warp, 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 warp. Aber wir krallen sich erstmal über den Stern. Machst du dir dann beim hochgehen? Machst du ja. Achso. Joé. Hä, warum bist du gerade noch runtergegangen? Hä? Bin ich nicht. Das warst du. Achso, ja. Sorry, ich bin dumm. Er hat mir auch keiner an deine Aussage gehört. Oh Gott. Haha, der Waddu, ich. Sie geht so weit. Waddu, Alter. Was tut der da? Wie dumm kann man... Oh, er explodiert! Können wir nicht. Komm, wir machen einen relativ normalen. Okay. Start! Herr Stopp, sind die auf dem oberen Teil? Ja, das sind auch gut, du Horst. Dann rüber, rüber mit der... Ja, kommt hin. Was machen die anderen da, Alter? Ich sieht's. Alter, was machen die anderen da, Alter? Unser Bowser sieht doch fantastischer aus. Ja, aber der versieht ein bisschen sein Gesicht. Ein bisschen rüber noch, ein bisschen noch. Ein bisschen hoch bin ich. Nein, ist doch gut so. Alter, was sagt die... Oh Gott. Oh mein Gott. Was tun die da? Das ist halt kein Bowser, das ist ein... Überfahren, ja? Ein zusammengeschlagenes Stück. Irgendwas. Ich hab irgendwo noch die Kinder Hand... Dings laufen. Willst du, dass ich dir so ein Schlaufe dran mache? Dann fällt der Kontroller nicht runter. Ui, ui. Los sind... Mann sind verdammt süger. Ich bin zulegen, ich hab jetzt für meinen Spiegelkollegen an dieser Stelle. Nein, tust du nicht. Hast du gest... Ich kann für mich selber reden. Nein. Ich bin Mario aus der Tür rum. Team Peach ist zweiter. Welches Team wird gewinnen? Was haben wir? Was sagt der jetzt? Der Gastexperte würde sagen, die KI gewinnt. Ja. Oh, wie... Oh nein. Gott, was ist ne Goldröhre? Die kriegen ne Goldröhre. Damit kommen die direkt zum Stern, ne? Ja, weil die tun ihn doch eh so dumm. Die sind erst in der letzten Runde ein, wenn alles spät ist. Ui. Oh. Junge, die haben nicht genug Geld. Junge, und das heißt... Die haben 40 Münzen, wir können alle vier abgreifen. Ja, aber dann müssen wir beide an der Stelle spawnen. Das heißt, wenn du dort bist, nehm ich das Spawn-Item und dann... Nein, also... Wie meinst du? Wie meinst du? Wie meinst du? Junge, du hast dieses Spawn-Item. Komm, ist in deine Nähe, wenn du in der Nähe von dem Stern bist. Dann gehen wir beide im Nachhinein auf die... Nimm noch Rosalina mit. Ja, Rosalina und dieses Bums-Dings da. Spitzhack. Sorge sehr. Perfekte Aussprache von David hier. So, hier ist noch Mario Wurfel hier. Oh nein, B. Wurfel. Ja, ich hab mich halt vertapselt mit meinen Käsefingern hier. Wurstfingern. Wobei, Wurstfingern hat ja eher mal unser, ähm... Monty hier, das Kind. Pasch! Wuuu! Waaah! Och, komm, Bom-Bom. Geh doch sterben. Oh, locker, lol. Ich kann einfach hier alles krallen. Locker, flockig. Und ich komm doch zum Schluss auf... Nein, ich komm auf kein Festfeld. Oh, ich komm hier drauf auf das Feld, aber da ist ne Bombe. Wird hier nichts passieren. Ne, was passiert auf dem Feld hier? Ja, mach einfach mal. Ach, da komm ich da oben dann raus, siehst du? Der Stink katapultiert bis von dort unten nach dort oben. Ist, ist das sinnvoll? Ja, kannst du machen. Wenn du da trotzdem nicht rankommst schnell genug, dann kann ich dich ja... Dann kannst du dich ja zu mir porten. Doch, wenn ich da oben bin, da komm ich dann glaube ich schneller dann wieder hier so hin. Ja, dann mach das dann überhaupt, ich mich zu dir. Oder keine Ahnung, ich, 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 ich begebe mich da mal hin. Ja, wir machen das einfach. Wir kommen von zwei Seiten dann. Dann habe ich hier meine, 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 meine dritte Bits hier abgeholt. In meinen Benz. Ich fahre mit nen dicken Benz. So sieht's aus, Bruder. Ja, der Würfel ist ganz dufte. Ja, das ist echt gut, aber höfst du nicht so gut, wenn du Glück hast. So ein Ressort ist. Was? Rückenverstecktes Blockkarte, du hast im Glück keine. Äh, wieviel müssen wir mal bieten? Ja, mir eh total viel. Eine. Eine. Mama, drei. Okay, machen zwei. Jeder von uns eine. Ja, toll jetzt hier. Der wird nix finden. Wir haben zwei Münzen in den Sand gesetzt. Ne, der bringt nix. Den geben wir mal unseren Gegnern, ganz nett. Aber das ist dann gar nicht mal so ne Dings für uns. Ich dachte es wär so ein Ding. Ich dachte es jetzt auch. Es hättest ihm mehr Münzen geben können, das wär echt gut gewesen. Egal. Hol' ich gleich das Dex war Bonas, Julio. Ja, ich mach Turbo-Pilz. Achtung, Kaffee. Äh, nein, nein. Nicht Spitz. Die brauchen wir nicht mehr. Doch. Es gibt nur noch zwei Runden nach der. Das macht nix. Wir machen, wir machen was anderes weg. Oh Gott, Alter. Geht's raus. Die behalten wir. Da gibt's blimt irgendein Bohnen hier. Die haben wir am Schluss. Geht's raus, Alter. Nein, Peach, böse. Böse, böse Bitch. Und Vario. Oh Gott. Sind die dumm? Die sind direkt vor den Stern. Im Porten ist trotzdem hier hin. Junge, der kann halt nix denken, dieser... Ochse. Wir wünschen ihnen jetzt einfach, dass die richtig geil König Bombomb auskommt. Alles klar. Was geht bei denen ab? Ich wette eher Cut. Aber die haben eh nur Geld vor einen. Ich wette nicht mal, dass er so laufen kann. Ich wette nicht mal, dass er so laufen kann. Kann er. Ne, kann er nicht. Weißt du, die Härte hat auch ohne Röhre dahin gepasst. Vielleicht laufen sie jetzt noch irgendwo auf dem Super Bowser-Feld. Ja, stirb. Stirb. Stirb einfach. Ja, jetzt sterben sie jetzt erst. Jetzt sterben sie. Und zwar bevor die die einen Stern bekommen. Nein. Ja! Werden die jetzt hier runter gehauen. Ich hoffe, die werden runter gehauen. Die werden sowas mal runter gehauen. Die werden dann zum Start geballert. Das heißt, hier kommt nicht mal ein Stern. Oh nein. Die verlieren nur fünfmaläppig die Münzen, oder was? Ist ein verarschenbomber. Das war ja in einer normalen Party heftiger. Aber ich hab jetzt da eh nur ein Stern. Wir können nicht vier da krallen, wenn wir wollen. Wir können auf der Start hängen werden. Doch. Stimmt. Das heißt, Stimmt. Der hat immer mehr die Münzen. Das hat doch was gebracht. Booyah! Alter, der paut so noch hin. Also, die sind halt erst dumm wie Steinbrot. Wissen sie? Sie hätten einen holen können. Ja, wenn sie nicht kacke wären. Matroschka-Mischer. Oh, klage. Okay, okay. Dich. Dich. Was ist... Was muss ich noch machen? Ach, die war der kleine. Alles klar. Ganz links. Ganz links. Ach, was ist was? Ganz links. Ich bin dumm sowas. Dann nimmt sie in dem. Ja. Aber Mario. Ich habe halt auch so ein Ding. Du kannst nicht so mischen wie krasser Toad. Ne, das ist der krasse Soaker Toad. Ach, die haben alle andere Farben. I get it. Ja, du musst gucken, wo die grüne ist. Ja. Ja. Eine blaue. So. Siehst du die? Ja, ich sehe sie. Ja, ich sehe sie. Im Gesicht straight behalten. Wenn man dessen plinzelt ist das... Ich habe sie aus den Augen verloren. Ich auch. Shit, was war das? Digga. Digga. Digga, wir gehen auf die hier. Ich gehe jetzt mal auf die. Junge, jeder... Ich kann nicht auf deine mit drauf. Ich weiß. Kacke. Und ich bin nicht gerade auf Tötungskurs, ne? Mario. Ich war es weiter. Und das war... Ich habe gesagt, du sollst sie direkt daneben nehmen. Aber nein. Okay, das hast du. Ja, habe ich. Ja, du bist Vierter geworden, ne? Nein! Ich darf er noch. Ich gewinne bei der Übung. Aber ich gehe jetzt am Scheiß hier. So ein Kack, Alter. Ja, du kannst... Wenn ich die ganze Zeit sowas sagen kann, dann kann er auch nicht mehr für kinderfreundlich erklären. Ich bin jetzt seitdem, bis ich im letzten zweiten Online-Part gebrült habe, was ist das für ein Hurensohn? Geht es ver... Graben? Oder sowas? Ist ja hier... Standart Wortwahl, aber Sida ist so in seiner Phase... So, komm. Wir gehen jetzt bald nicht vom Stern. Warte, stopp mal. Ist das die voll letzte Runde? Ja. Runde 9 von 10. Fuck. Dann müssen wir jetzt irgendwie dringend zauern, dass wir zum Stern kommen. B. Oh nein. Es war nicht ein Würfel. Ach, sei es drauf. Ja. Ordentlich. Reingehauen. Gott. Ja, moin. Ähm. Kommst du hoch? Oh nein. Wir hätten das mit Eises machen sollen. Dann hätten wir beide... Ja, puh. Ich komm hin. Aber ist denn das. Ich kann zwei holen für uns, also. Ja, das war ja. Und du kannst dich auch nochmal bewegen nächste Runde. Ja, aber das ist bestimmt ganz woanders. Aber hast du erst. Übergehen wir uns mal näher. Ich hätte noch Bowser Junior holen können, aber nutzt sie nicht mehr für eine Runde. Ich meine, ne Ausländerbonus bekommen wir so, das ist so. Ah, du kannst es nicht auslösen. Ein bisschen ungefährlich. Joa. H tug der Scheiß auf die Zehn, schnurlic von comics. Das war deruloid von whiskey Jugendüe. Zwerkatoire Junior halten. Das Abschließung nicht, ähnlich, auf dem Raschlich headphones durch. Oho. Oh. Der ist ja immer platt. Hä? Ach so. Du musst den Begradte inwegen Platzmangels. Ich, deswegen hab ich auch. Was? Was war das für eine Endattacke, Alter? Weil der auf dem Sternenfeld steht, oder was? Nein, mach's mal. Mach's mal mit Leuheit. Booyah. Fünf Sterne, Alter. Wir sind gut dabei. Booyah. Dann halten wir ein Zwei. Was da? Jetzt weißt du, wie ich es mir fühle, wenn du auf mich... Mein Herz. So. Zu meiner Verteidigung, David ist kacke. Hoffentlich sind wir in der Nähe. Komm, komm, komm. Ja, komm, komm, Toilette. Einfach auf die rechte Seite rüber, 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 rüber. Oder so. David. Fang. Ja, hast du dir. Komm, da kommen wir jetzt noch vorbei, nächste Runde. Was lustig ist, die... Nein, die kommen dann nicht hin. Die haben ja eh kein Geld. Sie warten. Junge, die sind... Wie viel sind die? Eins, zwei, drei, vier... Sie haben auch nichts, nein. Warte, die haben halt nie auch so viele Helfer, wie ich es, ne? Wie wir. Nein, haben die nicht. Sie haben ein weniger. Haben die? Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ah, stimmt. Der Monty, das bist der Tor. Oh. Ah, nee. Wir haben nicht genügend Münzen. Oh Gott, werden sie jetzt alle in die Luft jagen, jetzt. Au. Oh nein, die haben genügend Münzen, jetzt. Shit, sind die, Alter, die sind... Krittes. Aber die kommen trotzdem nicht drauf, weil die kacke sind. Stimmt. Guckst ihr die an. Guckst ihr die an. Das ist ein Argument. Alles was, die können jetzt über andere Leute Köpfe streiten. Ich hab ein Jumping-Tack. Das kannst du am besten. Total Banane. Total Banane. Bitte kein Glücksspiel. Oh nein, da mussten wir den Weg uns herbannen. Ja, okay, aber Junge, gegen wen kämpfen wir bitte? Komm, fangen wir an, direkt. Gegen uns selbst und unsere Dummheit. Digga, ich bin zum Swamma umgefallen. Ich bin alles gegen, was wir kämpfen lassen. Ach du Scheiße. Gut, ich glaub, wir probieren sie einfach mal. Go, 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 go. Warte, Hade, du... Oh Scheiße. Du bist eine fette Bitch. Oh mein Gott, ich bin scheiße nicht im Scheißspiel. Alter, Waluidi ist gut. Oh, ich bin kurz vorm Ziel, Digga. Digga. Rein mit dir. Alter, ich bin so kack hier. Ich bin schon da. Ja, ich komm hier nicht hin, Alter, danke. Läuft. Piet ist immer nach irgendwo, nirgendwo. Aber Mario. Was, der klingt ja Bananen. Ja, es hat auch die große Banane von allen. So, ähm. Warte geht's. Nein, nein. Wollen wir das nächste aufhören mit diesen Anspielungen hier? Ja. Du bist vielleicht so sauer. Das ist da, wie ihr lebt und lebt. Du hättest warte um Tendo hören müssen bei seinen alten, pubertierenden Anfangsvideos. Ja. So, komm. Ich, Digga. Wie, wie viel Münzen haben wir? Ich weiß nicht, aber wir müssen auf jeden Fall da... Wie heißt das mal? Eins, der kostet... Eins, der kostet... Digga, mit 40 Münzen zaffn wir beide es nochmal da drauf. Und knallen uns nochmal vier Sterne. Das machen wir jetzt. Alter, machen wir. Easy, easy, easy. Aber ich darf keine Münze, bitte nicht. Monty. Dann nimm doch einen anderen Würfel. Und du fucking do it. Wieso nimmst du keinen anderen Würfel? Weil ich nicht glaube. Ja, ich darfst du mal nicht sa... Oh, nice. Ich bekomme eh noch hier extra Staff. Goll. Ja, loll. Ja, loll. Mach du erstmal deinen Scheiß. Ja, das dauert dir eh. Ähm, fuck. Ich glaube, ich gehe einmal außen rum hier. David, David, David. Nimm mal deinen, nimm mal deinen Pfeil. Komm, komm mal her mit deinem Pfeil. Ja, geht, geht doch so. Junge, guck, was du einfach machen musst. Was? Du musst hingehen. Dann siehst du, ob da halt möglich ist. Dann drückst du auf OK. Und dann suchst du dir die Route. Das ist mir neu. Nein, das kommt ja außen rum. Das ist halt kacke. Ja, ich glaube, weil die außen rum. So wird abgegriffen. Neun Sterne. Ja, moin. Ja, richtig, ja, moin. Ja, jemand hat nochmal abgestoppt. Das ist im Ende. So, Alter. Easy. Jee. Sterne erhalten. Fertig. Yeah. Sieben Sterne. Dann kriegen wir noch den Bonus für die meisten. Wir werden über sieben Sterne haben. Leute, wir kriegen den Bonus für die meisten Münzen. Für die meisten. Wow. Mund geklärt. Ja, sieben Sterne. Ja, auf jeden Fall. Das ist der Plan. Das ist doch eh letzte Runde. Ja, sie können aber trotzdem noch einen Stern. Ja, einen Stern. Höchste Gefahr, ja. Höchste Gefahr. Alarm. Wir hatten aber doch mal Geld für zwei Sterne. Mal offen sein Geld. Wir hatten aber doch Geld für zwei. Nach der Runde drei Sterne, wenn es drei Runden mehr gegeben hätte. Ja, gut. Außer Gefahr. Ist korrekt. Die können sich so eine Einleiten. Diese armen, sternlosen Verlierer. Ich meine, wir haben am Anfang uns drüber Song gemacht, ob wir verlieren könnten. Das ist ein Fehler bei dieser Part hier. Mal schauen, was. Das sind echt normale Gegner. Normal ist hier, dass der Äquivalent zu leicht ist, damit er nicht schlecht fühlt. Das werden sie aber nur normal genannt. Au. Ja, jetzt haben wir noch mal ein bisschen hier. Ernsthaft, der auch. Jump, jump. So, letztes Minispiel. Jetzt gewinnen wir noch ein Minispiel, dann haben wir noch den Münzbonus. Munitionsmal. Oh, ja. Da waren wir das letzte Mal zur Rest des Saals. Komm, fangen wir dir dran. Wir haben gewonnen, Junge. Ja, aber nur mit Glück. Weil wir es überlegen sind. Oh, wie die Mathe-Synies sind, ne? Ich will nicht wissen. Ich will nicht an meine Mathe-Note denken. Mir auch nicht. Geh weg. Ja, so. Aber ich bin zu deinem nicht so kacke. Oh. Iii. Das Ergebnis war kacke, weil du kacke warst. Ja, die ich mal. Oh, hey, das ist ja normal, ne? Ganz dünnes Eis. Die müssen beide einfach gut sein. Ja. Dünnes Eis krieg'n eins. Oh, ja. Das war dann am Talken about. Aber die anderen sind immer noch ein bisschen besser. Ja, noch. Wenn wir nicht kacke werden, dann werden die schon scheiße werden und dann werden wir gewinnen. Oh. Oh. Oh mein Gott. Oh. 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 in der letzten Runde in der letzten Runde, komm wir können uns schaffen wir vernichten sie uns einfach bitte! Acht! Nein, oder? Moment mal Sie haben uns nicht besiegt, sie haben uns nicht besiegt es gibt noch ne Runde Nein, es ist die letzte Runde, oder? Was? Oh nein! Ah, okay, ein wenig sich heute mal Alter, du bist einfach zu sizend Wir haben gewonnen 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 So, wie du das denn so Das ist ein fette Maul So, oh, das ist der Mason Der erste Bonus Minispiele Bonus Genau uns Das wäre es mindestens Natürlich geht er nur uns Oh mein Gott, einfach zwei Sterne mehr Wie darfst du das mit der Sterne Rekord, Junge? Flitzer Ah, ne kleiner Flitzer Die sind auch an uns Die meisten Felder gezogen, ne? Ich glaub der geht auch an uns, ne? Yeah So, jetzt bin der kleine Flitzer Mit dem, der, 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 ähm Hast kein Münzen Bonus und kein Oh Gott, Alter Wer hat wohl gewonnen? Das Ergebnis steht aus Wer wird es wohl sein? Aber das ist doch heftiger als das erste Ergebnis, ne? Unerwarteter Shit, Alter Unerwarteter Shit Aber Hallo Wie viele Sterne haben wir gewonnen? Mit zwölf Zwölf Das haben wir jetzt mal die Details hier an Legendärs Schaut euch das an Wir haben 118 Münzen Die 62 Das anzigste, was die überlegen waren Eigentlich gar nichts Ne, die waren erst gar nichts überlegen hier Ne, die waren erst gar nichts überlegen hier Die waren gar nichts überlegen, wenn die Kacke sind Doch, die waren in Was waren das? Anzahl der Stampfer auf Gegner waren die überlegen Oh Shit, stimmt Aber sonst mit nix Hier haben wir die Grafik Ja Moin Gute Sache Joa Läuft, ne? Das war's dann mit der Party Von Mario Part Was? Okay, jetzt mal auf Deutsch Der Mario Party Ach Gott Er braucht Hilfe beim Reden Ich hatte gesagt, der Party für Mario Part Ja Okay, das war's dann bei Mario Part Macht's gut, bis zum nächsten Mal Und Ciao Oh 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 Bis zum nächsten Mal.